Lediglich 600 cm³, wissen Sie wie viel PS? 38, ja, das war so, naja, für 73, naja, aber S hat 600 cm³, ist das schon in Ordnung, ja, zwei Zylinder, ja, und Sie sind zum neunten Mal dabei, das freut uns sehr und dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg und gute Fahrt. Ja, jetzt kommen wir natürlich wieder zu meinem Auto, aber der hat wirklich viel, viel Lampen dran, man könnte meinen, Rallye, Rallye, ne, ja, ja, das sieht man, eine Alfa Romeo Giulia Super 1600, Baujahr 75, hat so um die 109 PS, wenn ich recht weiß, ne, ja, und wahrscheinlich zwei Weber Doppelvergaser, zwei oben der liegenden Nockenwellen, das haben wir schon gesagt, das war was ganz besonderes, fünfgang Getriebe, die Geschichte habe ich Ihnen erzählt, gefahren von Herrn Jager Klaus und Beifahrerin ist Frau Marisa Jager, Sie lesen dann das Portbuch, nehme ich an, ja, sie kommen aus St. Wendel und das ist, finde ich ganz toll, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, Sie sind zum neunten Mal schon dabei, das Fahrzeug wurde 2000 in diesem Zustand aus zweiter Hand erworben, also da muss man dem Vorbesitzer auch sagen, Junge, Junge, du hast dein Auto gut gepflegt, viel Erfolg und viel Spaß. Man achte auf den Sound, 89, ein Volkswagen Golf 1, Baujahr 1979, ich kann es ja gar nicht glauben, dann muss ich mal gucken, ob das stimmt. Ne, da ist eine Pirmasensor-Nummer drauf, denn hier steht Essen, sind Sie von Essen gekommen, das ist ja ganz toll, also fantastisch, mit einem Fahrzeug gefahren oder, ne, auf dem Hänger, ne, ja, wie sich das so gehört. Fahrzeug hat tatsächlich 2,8 Liter, ist da ein anderer Motor drin, ja, da hat auch ein paar PS mehr, gefahren wird's von Herrn Helfrich-Oliver und am Beifahrersitz Frau Ramona Dahlke. Sie sind zum zweiten Mal dabei, lese ich grad, und wir haben Waskau Bergpreis, waren Sie vorgesehen auch dabei, bei der Schweizer Fahrt, ja. Seit 2900 ist das Auto in Ihrem Besitz und wir hoffen, dass es weiterhin so gut aussehen wird und Sie das Fahrzeug entsprechend bewegen. Viel Spaß! Ja, jetzt kommt wieder Mercedes, Stadt Nummer 93, gefahren von Herrn 50 SMC mit 5 Liter Hubraum, Baujahr 1979, ein sehr gepflegtes, wie alle, und das muss man eigentlich für alle Fahrzeuge sagen, äh, sehr gepflegtes Fahrzeug. Sie sind auch zum neunten Mal dabei und, ähm, Sie schreiben, und das wissen wir auch alle, die etwas vom Motorsport verstehen, dieses Fahrzeug wurde häufig bei, äh, langen Strecken-Rallys eingesetzt, vor allen Dingen weiß ich, und das erinnere ich mich sehr gut, in Südamerika, mit sehr viel Erfolg, äh, ich nehme an, das ist ein Achtzylinder, ja, die lange Haube lässt es ahnen und hat auch genügend PS, sodass man sich gut fortbewegen kann. Wir wünschen viel Erfolg, gute Fahrt und alles Gute. wiederum ein Mercedes, die Stadt Nummer 92, er ist zum sechsten Mal dabei, äh, Herr Mario Helfrich, das muss ich jetzt aber gucken. Ja, Fahrzeugänderung, Herr Helfrich tatsächlich. Das freut mich sehr, dass Sie gekommen sind, mit Heike, und Sie fahren ein 280 SEL, 2800 Kubikzentimeter, sagt er 280, und Baujahr 1970, also der sieht ja fast noch schöner aus, wie der der Tommaso. Ähm, Sie sind zum neunten Mal dabei, ich glaube, irgendwann dürfte ich auch mal einen Vokal überreichen, ist das richtig? Hat geklappt, ja. Und, äh, das Fahrzeug wurde 2000 in diesem Zustand aus zweiter Hand erworben und wird bei Oldtimer-Rallys gefahren. Dann hoffen wir auch, dass es so bleibt und wünschen weiterhin alles Gute und machen Sie es gut. Viel Spaß, bis später. Das ist so lange das Jahr gewesen, ja. Stadt Nummer 94, Herr Martin Faul, steuert ein BMW 635 CSI, das war natürlich der Traum seiner Zeit, Baujahr 1979, er kommt aus Münchweiler und Beifahrer ist die Frau Jessica Faul, steht Wohnort Hauenstein. Irgendwie treffen Sie sich dann. Wird schon glauben. Ähm, Sie sind zum ersten Mal dabei, dann hoffe ich, dass Sie besonders Erfolg haben, damit es Spaß macht, nochmal zu kommen. Das Fahrzeug ist seit sieben Jahren in ihrem Besitz. Seit... ... ... ...